Die Blockchain-Technologie. Ich glaube, dass sie durch das Aufkommen der Kryptowährungen und vorn mit voran natürlich durch den Bitcoin das erste Mal so richtig bei der breiten Masse angekommen ist. Ich glaube trotzdem, dass viele von euch gar nicht wissen, was das überhaupt ist. Und wisst ihr, was ich noch glaube? Ich glaube, dass noch weniger von euch wissen, dass es verschiedene Arten von Blockchain-Netzwerken gibt. Es gibt tatsächlich vier Haupttypen von Blockchain-Netzwerken. Einmal öffentliche Blockchains, dann private Blockchains, dann sogenannte Konsortium-Blockchains und hybride Blockchains. Die Art kann man schon ein bisschen am Namen erkennen. Und jede dieser Plattformen hat natürlich dann auch ihre Vor-, Nachteile und natürlich auch die idealen Einsatzmöglichkeiten. Wenn du diesen Bereich jetzt spannend findest und gerne in diesen Bereich investieren möchtest, beispielsweise in Bitcoin, dann kannst du das ganz einfach bei Nuri tun.